Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Am Dienstag ist Halloween. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch am Montag frei als Brückentag und kann die Zeit so ein bisschen genießen. Ich hoffe es auf jeden Fall für euch, denn dann kann man auch ein bisschen rausgehen, ein bisschen fotografieren. Genauso werde ich es nämlich auch tun. Heute in diesem Video geht es darum, dass wir den Hintergrund eines Fotos in Photoshop unschärfer machen wollen. Ich weiß, man kann es auch fotografisch lösen und normalerweise rate ich auch auf jeden Fall dazu. Also du solltest auf jeden Fall immer alles fotografisch lösen, wenn es irgendwie funktioniert. Aber es gibt ja auch Situationen, wo man das Ganze vielleicht mal so ein bisschen, auf Deutsch gesagt, verkackt hat. Und es schnell gehen musste, wie zum Beispiel bei einer Hochzeit. Ich habe jetzt hier auch einfach mal ein Beispielfoto rausgesucht von einer Hochzeit. Da ist der Hintergrund relativ unscharf und ich finde es eigentlich schon ganz schön, aber ich möchte das Brautpaar noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken und deswegen den Hintergrund noch unschärfer machen. Das möchte ich dir anhand dieses Beispiels jetzt einfach mal zeigen. Und das geht in Photoshop relativ einfach. Also lasst uns direkt anfangen hier mit diesem Foto. Das habe ich in New York damals geschossen, beziehungsweise ein bisschen außerhalb von New York. Also ich habe damals eine Hochzeit in den USA fotografiert. Das war richtig, richtig cool, weil die haben da echt groß aufgefahren. Und das ist natürlich auch für den Fotografen extrem cool, wenn man da sowas miterleben kann. Lass uns direkt starten. Ich möchte als erstes hier mal das Brautpaar auswählen, denn das möchte ich natürlich jetzt von diesem Effekt außen vor lassen. Deswegen werde ich das ganze Brautpaar jetzt hier erstmal auswählen und maskieren, damit das von dem Effekt dann nicht betroffen ist. Dafür gehe ich auf Auswahl, auswählen und maskieren und dann öffnet sich dieser Dialog hier und mit diesem Pinselwerkzeug hier. Und das Ganze muss auf Plus stehen. Die Größe können wir hier noch auswählen. Dann können wir hier einfach mal über das Brautpaar rüberfahren. Und dann wird das hier relativ gut und einfach von Photoshop erkannt, was sehr, sehr cool ist. Manchmal braucht Photoshop ein bisschen länger. Je nachdem, was ihr für eine Rechnerleistung auch habt, kann das ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer dauern. Hier muss noch rüber gefahren werden. So, jetzt kann man sich hier noch um die Details kümmern. Dafür gehe ich mal hier mit der Pinselspitze ein bisschen kleiner. Halt dann die Alt-Taste gedrückt. Dann gehe ich hier auf das Ganze in das Minus und kann hier diesen Bereich zum Beispiel zurückholen. Und genauso hier unten, so ein ganz kleines bisschen hier am Rand, am Bildrand. Muss auch noch mit ausgewählt werden. Und so sieht das Ganze doch schon relativ gut aus. Jetzt können wir als nächstes hier dieses Werkzeug nehmen. Und das ist für die Feinheiten gut. Also das Kante-Verbessern-Pinselwerkzeug. Und dann kann ich jetzt hier einfach auch noch mal mit einer kleineren Pinselspitze noch mal über die Haare gehen. Und dann hier auch die letzten Details quasi herausholen. Das ist richtig cool. Machen wir hier einmal beim Bräutigam. Und genauso hier einmal bei der Braut fahre ich auch einmal über die Haarspitzen hier rüber. Und dann ist das relativ schnell gemacht. Also hier ist Photoshop wirklich richtig mächtig, was dieses Tool angeht. Ja, aber so sieht das Ganze doch schon relativ gut aus. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich werde jetzt hier den Radius noch einstellen. Ungefähr, naja, so auf 5 Pixel. Ich kann mir auch einmal die Kante anzeigen lassen. Das ist dann nämlich die Kante von dieser Maske hier. Das ist relativ cool. Und ich denke mal, ich werde den Radius jetzt hier so auf ungefähr 5 Pixel stellen. Und auch noch den Smart-Radius aktivieren, weil wir hier ja schon relativ feine Härchen mit dabei haben. Dann kann ich die Kante wieder ausblenden. Und wenn ich dann zufrieden bin mit der ganzen Geschichte, dann kann ich hier unter die Ausgabeneinstellung noch gehen. Und hier auf jeden Fall das Härchen noch bei Farben dekontaminieren noch setzen. Und die Ausgabe soll als neue Ebene mit Ebenenmaske erfolgen. Und dann klicke ich hier auf OK. So, jetzt haben wir das Brautpaar hier nämlich einmal isoliert vom Hintergrund. Das ist genau das, was wir haben wollten. Und jetzt kann ich hier den Hintergrund wieder einblenden. Und den werde ich jetzt hier einfach mal duplizieren. Mit einem Rechtsklick kann ich jetzt hier sagen, Ebene duplizieren. Ich will jetzt hier auch gar keinen neuen Namen unbedingt vergeben. Ich blende jetzt mal das Brautpaar hier aus, die oberste Ebene. Und werde mich jetzt hier nur um diesen Hintergrund kümmern. Dann werde ich jetzt hier einfach mal eine ganz grobe Auswahl machen mit dem Lasso-Werkzeug. Einmal um das Brautpaar hier herum. Es geht jetzt einfach nur darum, auf dieser Ebene das Brautpaar von dem Hintergrund rauszunehmen. Weil wir den Hintergrund ja dann unscharf machen wollen. Und da brauchen wir das Brautpaar gar nicht auf dieser Ebene. Das heißt hier einfach mit ein paar Klicks werde ich jetzt hier das Brautpaar einmal komplett auswählen. Mit dem Lasso-Werkzeug muss gar nicht genau sein. Und dann gehe ich auf Bearbeiten, Fläche füllen. Das Ganze soll inhaltsbasiert passieren und ich werde auch noch Farbanpassungen anwählen. So, dann klicke ich hier einmal auf OK. Dann rechnet Photoshop hier kurz. Braucht vielleicht einen kurzen Moment, um das ganze Bild zu analysieren. Und dann haben wir hoffentlich gleich einen Hintergrund ohne Brautpaar, aber dafür mit all den Farben, die wir brauchen. So, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber das ist kein Problem, weil das Brautpaar ja natürlich dann wieder noch mit davor kommt. Wenn wir das hier wieder einblenden, dann sieht man, dass das Ganze kein Problem ist. Wir werden jetzt diesen Hintergrund unscharf machen und dafür wähle ich jetzt hier wieder diesen Hintergrund an und sage dann Filter, Weichzeichnungsfilter, Objektivunschärfe. Jetzt haben wir hier das Dialogfenster offen von der Objektivunschärfe und wir können hier allerlei Sachen einstellen. Zum einen kann man hier die Form einstellen. Ich lasse das hier einfach mal auf Sechseck. Den Radius stelle ich hier auf 100 und das ist auch der Wert, wo man einstellen kann, quasi wie doll unscharf das Ganze werden soll. Ich stelle hier das Ganze mal wirklich auf 100. Dann kann man hier die Wölbung, die Drehung der Iris und so weiter einstellen, beziehungsweise der Blende. Aber das brauchen wir alles gar nicht. Mir geht es eigentlich nur darum, dass wir hier den Radius auf 100 stellen. Und dann klicke ich auf OK und Photoshop muss noch mal ganz kurz rechnen, wendet den Filter an und dann haben wir hier einen sehr schönen unscharfen Hintergrund. Wenn ich jetzt das Brautpaar einblende, dann sieht das Ganze doch schon richtig, richtig cool aus. Jetzt kann man hier noch mal kurz ein bisschen reinzoomen. Ich habe das natürlich jetzt gerade sehr schnell gemacht und die Maske hier noch ein bisschen bearbeiten, damit das Ganze natürlich dann optimal wird. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit meinem Pinsel noch mal rein, weiße Vordergrundfarbe, Deckkraft von 100, Fluss von 100. Dann allerdings mit einem wirklich kleinen Pinsel hier. Härte stellen wir mal ein bisschen stärker ein und dann kann ich hier noch einmal lang gehen an dem Arm und das Ganze hier so wieder einblenden, wie ich es brauche. Das kann man jetzt natürlich noch überall machen, an allen Kanten, aber das soll jetzt hier natürlich nicht komplett geschehen, denn das Video soll natürlich nicht zu lang werden. Ich wollte dir jetzt einfach nur mal dieses Grundprinzip zeigen, wie man das Ganze machen kann. Hier nochmal der Vorher-Nachher-Effekt, also so sah es vorher aus. Der Hintergrund ist schon relativ unscharf, aber so haben wir jetzt wirklich das Brautpaar richtig schön isoliert nochmal in den Vordergrund gepackt. Und das geht relativ einfach, wie gesagt, mit dem Filter Objektiv-Unschärfe. Kein Gauschen-Weichzeichner anwenden, das hier sieht wesentlich realistischer aus. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ihm so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Du kannst auch unten in die Kommentare posten, falls du entweder noch Fragen dazu hast, falls du Ideen hast für neue Videos, für neue Tutorials oder was auch immer. Post einfach alles unten in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ihr da was schreibt. Und wenn du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall den Kanal abonnieren für weitere Videos. Da kommen immer am Sonntag um 12 und am Mittwoch um 16 Uhr jeweils Videos zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung, vielleicht auch mal ein bisschen was zu Video, je nachdem, worauf ich gerade so Bock habe. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und ciao.